Euren herzlich willkommen wieder bei Chris City. Ich habe euch hier verbrochen, ich melde mich wieder. Vielleicht sollte ich ein bisschen lang... Wir sind der Daniel. Vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer reden, dass er mich schon steht. Also, wir sind ja, wie ich schon vorhin berichtet habe, im Olympiastadion. Und mein Co-Moderator, Daniel Schons, der heute Alexander Heilhacker vertrete. Wow, na und, du bist aber nicht peinlich. Also, ähm, Daniel wird jetzt ziemlich laut singen. Und wir ziehen uns die Leute da unten rein, was die wohl sagen werden. Geheim, natürlich ganz geheim. Einen Augenblick, ich zoe ein bisschen an. Okay, mach. Der Wolf. Das Lamm. Auf der grünen Wiese. Das Lamm. Scheiße, sie sind weg hinaus. Wir müssen halt weg. Die kommen von da unten, die kommen von da unten. Weg hier, weg hier. Nach oben, nach oben, nach oben. Wohin, ey. Nachher decken sie wieder aus und dann kommen sie wieder wie wohin der blöde Security-Mann. Knüppeln und ziehen dann jeder. Ich gehe zum Ali. Der hat noch ein paar gute Sprüche drauf. Bis gleich. Voll, ich krieg eine Pause. Hey Leute, werdet uns nicht glauben, aber scheiße ist die Sackgasse. Wir haben wohl in Security jemanden ziemlich verarscht. Der ist uns nicht auf die Fersen. Wir haben keine Ahnung, wie man hier rauskommt, weil hier irgendwie alle Dora zugemacht wurden. Ich kann nicht mehr so laut reden. Ich muss jetzt wissen, die sind hier irgendwo und das wollen wir nicht. Aber für euch tue ich doch alles. Bis gleich. Leute, wir haben in Security abgehängt. Wir haben ein gutes Glück gehabt. Da leider aber alte Zuwahr, müssen wir jetzt leider aufhören. Denn wir machen uns auf den Weg. Aber wir sehen uns auf der Dampferfahrt noch. Wir sehen uns auf der Dampferfahrt noch.